Na, wie geht es dir? Ganz gut. Sicher? Bist du sicher? Michael, ich werde dir jetzt mal was sagen! Können Sie nicht ein bisschen schneller fahren? Lass das, ja? Ich höre jetzt auf und hoffe, dass wir alle miteinander ein schönes Fest feiern. Lasst uns was essen. Das ist mein Freund. Willkommen. Schön, Sie wiederzusehen. Du kennst ihn nicht, das war jemand anderes. Excuse me. Moment. Darf ich euch meinen Jugendfreund Christian vorstellen? Hurra, hurra, hurra. Wie bitte, was? Dann müssen wir ja die Polizei holen. Was war das? What? Du bist genauso krank im Kopf wie dein Vater. Du sollst nicht auf meiner Familie rumhaken. Mama, du bist so mies. Dieses Schwein ist nass. Was, wenn ich aufstehen würde, wenn ich ein paar Worte über dich sagen würde? Warte! Das dürfen Sie nicht! Nein. Das dürfen Sie nicht! 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 Untertitelung des ZDF, 2020